Werklage Spiel mich Ah Pfff Spiel mich Ok Hallo liebe Kinder Willkommen zu einer neuen Folge von Watch Transform receive So und wir laufen gleich mal weiter Und wir waren jetzt in den Bunker Was haben wir hier Was haben wir da eigentlich gemacht? Ist ja auch egal Wir haben was? Wir haben keinen Auftrag jetzt? Wir haben keine Mission. Das ist ja höchst seltsam. Okay. Ja gut, vielleicht werden wir noch angerufen und einmal von jemanden angequatscht, der, der, ja, der, genau, der uns dann eine Mission gibt. So, das war eine schwere Geburt. Das wird immer komplizierter. Solange sich der Emil auf die Festplatte konzentriert, kann ich nicht finden. Er wird Fehler machen. Ich kann nicht. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bad Buck. Tja, wie gesagt, ne, war schon fast so. Nur, dass ich nicht angerufen bin, sondern einfach mal nur, ja, nur, dass der, wow, dass der Emil nur unterlegt hat. Oh nein, ich bin nie verstanden. Ich hab die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sag mir ganz nach Aiden Biel aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich hab dir deine ganzen Mofen verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi-Free. Eine Akala-Server versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee. Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite. Lass mich mit dir. Aber das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wählt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefahr sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich hab keine Geheimnisse. Ach. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh. Habe ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky, übrigens auch. Jo, das war die Unterhaltung aus der letzten Folge. Manche hat er das nicht gespeichert gehabt. Ja, fände ich sehr blöd. Aber gut, jetzt erklimmen wir hier einen Stu S-Turm. Nein, 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 nein. Oh, Mann, scheiße. Komm wieder runter. Und jetzt. Juhu, 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 juhu. Okay. So, da ist es gesperrt. Da komme ich nicht hin. Aber das ist eine Kamera. tja so einfach so einfach war das aber ich glaube das war noch nicht alles doch das war alles das war easy peasy na dann wunderbar dann haben wir den bereich ja schon freigeschalten neue untersuchungsbasis was mag ich total das sind digitaler cash run cash run habe ich noch gar nicht gemacht ich würde sagen das mache ich mal habe ich mich er ist falsch reingehackt ich wollte eigentlich den lift packen damit er runter fährt so dann auf zum cash run das ist aber ganz schön ganz schön dunkel hier also cash run ist hier dann schauen wir uns das mal an nicht verfügbar warum cash run ist ein parkour artiges ar-handyspiel erreichen sie das cash run symbol und drücken sie y um zu beginnen damals so schnell wie möglich alle goldmünzen aber weichen sie den toten schädeln den roten toten schädelern aus schlagen sie die highscores auf den besten listen aber warum nicht verfügbar das ist das erste mal rein ein lied freigeschaltet sehr gut so freundchen so exklusive auftrag was die steuerung ok wir machen wir den so geht's auf geht's wo 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 was soll ich habe vergessen zu singen es ist eh zu spät ich habe vergessen ich habe das exakt gar nicht darauf geachtet was denn da für ein lied im hintergrund läuft weil sex sonst Locos eh tut mir leid Leute so auf geht's Juhu auch gut wieder durch Achtung weg da, jawohl, das ist doch optimal ich park hier mal voll gut geparkt voll gut wir haben dich beobachtet und wir haben ähnliche Interessen also, wir machen dir einen Vorschlag der gesichtslose multinationale Konzern Umeni und sein mit goldenem Fallschirm versehener Chef müssen ihre Lektion lernen es wird nicht leicht aber es wird sich loben den kenne ich aus dem Fernsehen hab gleich umgeschaltet zusammen können wir ihn entmachten aber wir brauchen Zugang zu Umenis System wir müssen auf die Daten zugreifen wir wissen, wo du anfangen kannst sobald du die Daten hast schicken wir dir einen Upload-Punkt dann muss ich ja wohl mal die Spoi-W hier hochladen aufs Dach ja gut oder aufm Dach nicht aufs Dach hochladen aber jetzt ist es nicht befürchtbar okay ich musste irgendwie nicht kommen ich komm ich muss irgendwie hochkommen da ist ein Lift und da ist eine Weite über die Kamera das kriege ich da irgendwas hin okay das ist das war doch hm was war das ich weiß es nicht was das war aber da kann ich auch direkt woher aus so nicht so einfach ist so hm 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 Moment nächsten bald sind die hier das muss ich auch haben nicht kacken habe ich ich habe doch Haken gesagt oh ist es verwinkelt verwinkelt ist es hmm hmm also muss da dritte gehen und Oh oh. Nee. Ah ja, okay. So, muss es passieren. Optimal. Oh oh. Oh 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 oh. Hm. Nein. So. Optimal. Jetzt hab ich das gehabt. Und, krieg ich es auch? Jawoll, sehr gut. Und nur noch das. So, wir sind wieder in irgendwelchen Zimmer, anteilen von einem Chinesen oder Japaner. Auf jeden Fall jemanden, der mit E-Stäbchen ist. Helping you do more. The best traffic coordinator. Oh, das war schon... Das war ja schon maximal herangesucht worden. Okay, okay, okay. Na dann hat mir mal das Telefon. Weg los, aber wir haben nicht viel Zeit. Er wird zu seinem Büro gehen. Hol dir die Codes. Wir treffen uns später. Klingt, als wären die Daten in Bewegung. Ich muss mich beeilen. Juuu. Das klingt definitiv danach. Ziel wird lokalisiert. Bitte warten. Aprios. War das Aprios? Nein, das ist doch. Okay, ich muss wohl ganz schnell herunterladen. Ja, das ist doof, denn... Dass ich sich da eigentlich vorhin entsperrt hab von unten. Kann ich mir besuchen? Das war, glaube ich, ein CTOS-Storm. Obwohl... Ja, das wird bestimmt einer sein, weil die hier nicht alle verzeichnet sind, werden in der Mission. Daher kann es schon durchaus möglich sein, das ist alles. So, und jetzt ganz schnell. Komm schnell zu meinem Ziel. Oh, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass die Autos so schon ineinander gekracht sind. Wow. Also, das Krachen habe ich jetzt nicht gemeint. Jawoll. Freiparken für alle. Hätte er noch mal knapp werden können. Juhu, yeah. Juhu, yeah. Oh. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich hätte beinahe den Poller rausgelassen. Und die Action. Juhu, 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 juhu. So. Hier gleich mal rechts. Oder auch nicht, ne? Oh, shit. Das ist ja vielleicht nicht so günstig. Ist ja egal. Ist ja wurscht. Okay. Der erwischt mir doch nicht. Noch nicht. Der wird mir nicht entwischen. Niemals. So, was muss ich denn machen? Muss ich ihn fahrunfähig machen? Ah, ne, ich muss in der Nähe bleiben. Okay. Oh, das ist gar nicht so leicht. Das ist ganz und gar nicht leicht. Das ist ganz und gar nicht leicht. Woah. Oh, 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 oh. Das ist doof. Ich hätte vielleicht ein schnelles Auto nehmen sollen, irgendwie. oder damit eine Gläufe in der Nähe stehen sollen. Nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mist, Mist. Ah, Mist. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. nicht so hoffentlich komme ich irgendwie heile an damit ich überhaupt noch ja sehr gut nein ich stoße kaum 67 prozent habe ich schon nur noch nur noch weniger ist die hälfte 340 er drei drei mittlerweile 82 doch schon nix du es und hoffentlich kann ich noch weiter hin herunterladen wenn du auch hier reicht sehr gut jetzt muss ich noch ausschalten das habe ich schon das habe ich schon oder auch nicht passanten Achtung wo nein nein kommt die haben sich in meine dinge gehackt das ist unvorteilhaft das ist nicht so einfach das ist nicht so einfach das ist harte arbeit jawoll eiskalt das war's und jetzt abhauen ich hätte vielleicht ein anderes auto nehmen sollen misst natürlich kommen wir wollen wenigstens ein crash verursacht was habe ich jetzt gemacht ich habe nur auf neutralisieren gedrückt ich muss den entkommen ich darf den nicht ich darf die nicht töten oder das bringt mir zumindest nichts das ist wahrscheinlich übrigens wieder so ein multiplayer-match mehr oder weniger unfreiwilliges wie gesagt das ist meine vermutung das ist schlecht das ist echt schlecht genau das schaukelperlchen aktivieren das ist ganz wichtig wow das war nicht schlau da kann sie gar nicht ich will doch weg von euch die weite noch ich glaube nicht aber ich habe jetzt geht es gut komm ich hab's geschafft ja 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 ich habe ihr die stimmungsort erreicht der ist noch ganz schön perfekt der bestimmungsort Drücke hochfahren, juhu! Auf die Tür mal, muss ich hier hochhaken, ja, sehr gut. Die auch, ja, juhu, 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 abbiegung. So, wie komm ich hier dann am besten voran? Äh, ja, mit dem Auto. Ja, Selbstgespräche führen mich nicht weit. Hier. Ja, ich hätte vielleicht ein Auto nehmen sollen. Da war der ewig, bis ich da bin. So, aber nun bin ich schon da. Das ist, glaub ich, denk ich okay. Es ist, denk ich, okay, wenn ich hier einmal auf der Straße die Karre stehen lasse. Mission beendet. Gut gemacht. Diese Codes sind nur ein Teil des Sicherheitszugangs. Entschuldige der Theater, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Das nächste Paket wartet auf dich, wenn du bereit bist. Ah, jo. Alles klar. Fette 4000 Dollar Belohnung. Jo, äh, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs zu gucken. Gebt diesen Video Daumen nach oben, wenn ihr das toll fandet, was ich gemacht habe. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns morgen. Au revoir. A CPU Phase